ja ja ich sterbe um spawne wiegen sitzt oben auf dem dach ich zieh mir ein lightning und ich will nur das lach kaputt machen wenn er es noch passiert ok ich bin jetzt keine ahnung wo ich jetzt gespawnt bin mitten im nirgendwo zwischen vier lightnings oder drei leiten ist bin ich jetzt schon wieder das spiel fackt doch so hart in den arsch ist so ich bin jetzt wo bin ich ich bin nein ich bin ja ich bin bei not research camp ich weiß nicht wie ich da hinkomme also auf bildschirm bist du tot und auf der liste bist du lebendig das ist ziemlich geil was soll ich jetzt hier machen bitte ja wenn sie nicht alle beschießen wo ich bin ich bin bei not research ich habe worte sind angeklickt das sind nicht nur was sie haben mich nicht gekillt ich kann jetzt bin ich bei eiser camp source camp spawn nicht mal klicken kann er mehr trägspiel sagt so hat es an die gefunden aber das war der taradat so ich bin da wir sind daran dass dann die ja ja ich versuche hier rüber zu kommen aber die decken der rüben ordentlich ein hier infanterie habe ich hier auch ja ja tot aber im abgrund das ist ein sensor wir wissen wo du stehst ich glaube ich bin du kommst du nicht drüber nicht aufs recken ich bin allein mit irgendeinem spion ja da kommen da auch neue leute wo kommen die her wenn kein sander da ist ja mal kurz ach ich hab mal erst mal a jetzt mal hörten wir haben nur 8 der hat nur noch halbes leben hast du denn ja ja ich hab's gemerkt an den Kunden die ich bekommen hab boah alter war das jetzt wieder eine boah das war jetzt knapp hier kommt so falls hätten die Vanus alle Parkinson so wie die rumzittern und trotzdem aimen Parkinson und OP-Waffen ja schon wieder einer bei A sogar 2 wo ja OP-Waffen haben sie sowieso alter hat er mir jetzt mit der Pistole hat er mir jetzt fast alles weg gemacht oh ich töte ihn er ist auf jeden Fall außer Gefecht ich hab dir eine Panzer wieder in den Kofferraum gebaut setz mal eine Spawn-Richt auf den A-Punkt mach ich wenn wir sterben sind wir wenigstens direkt da ja ich sterbe bumm Spawn-Wiegen sitzt hier oben auf dem Dach alter verfolgt er mich mit dem Messer hat er mich mit dem Messer verfolgen wir haben ihn getötet ja ich hab das Fahrzeug ausgeschaltet wo sind der ey da boah schnell zum A-Punkt hab den Spion gesehen ich hab das Fahrzeug Terminal gleich wieder online aber jetzt kommt hier ein Spion an der mich echt tötet mit der Schottgarde mit der NS-Vandal im Nachkampf ja der Schottgarde ist halt Nachkampf nein ich war Schottgarde er war NS-Vandal und er gewinnt hajo so machen Rachen-Kills und ich hab einfach mit jedem Schuss getroffen der hat einfach im Nachkampf Quickscop-Header gegeben was das für Mongo ey ist egal wir haben A das ist mehr williger ach man ich mach hier keine Kills weil alle Gegner mal weglaufen kennt ihr das ihr hofft manchmal dass der Gegner einen Verbündeten killt damit ihr den Gegner killen könnt alter ja der NS-Vandal Schütze ja der NS-Vandal Schütze ne Max wo? ja draußen ich raste ich aus ja ich hol sie Medic Medic hab's dann sagt nicht der Medic hat sich killen lassen doch hat sich killen lassen nö ich hab ihn glaube ich gesprengt ich hab halt C4 hinschmeißen müssen was soll ich machen wenn ein Max da hinkommt jetzt halt C4 Mann eben beim Snipern lief alles so gut jetzt war Bock ich mir meine KD hier wieder ja ich bin jetzt wieder bei 10 plus ne ich glaub dir ist eigentlich gar nicht so schlecht ich hab noch ne Viertelstunde zum Vergeigen ja ich hab ihn endlich weg geholt den Wichser der hat's echt verdient zu sterben der hat's echt verdient der steht hier die ganze Zeit mit seinem Sniper am Fahrzeugterminal weißt dann und farmt die Leute ab solche Leute haben's einfach nur verdient zu sterben ja er hackt schon wieder ein das Fahrzeugterminal aber nicht meins ne Blendgranate oh die war aber voll gefehlt halt was für Waffen ey ist so normal jo von links kommt einfach noch einer ja ach so der hat sich auch Sniper gezogen ne die kommen grad alle Richtung Spawn weißt du schon wieder Sniper ich hab ja auch noch ein C4 die ist ja wieder da Sniper ich wette wir geht ja wieder da oder an der Röhre einentwicke setz mal nen Wegpunkt drauf wo der Sniper sein soll hab noch 224 hab noch 5 kann ich nicht ja wo denn jetzt deck dich mal von hier oben ein bisschen hier ist ja überall nix ja da draußen laufen auf jeden Fall auch einige von denen ja das ist dann da draußen direkt vor der Tür oder was vor der Tür ja direkt wo der Lightning von uns ballert oh mein Gott wie ich grad ne da ist nix direkt vor der Tür ja da steht echt 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 direkt vor der Tür ja was ist das für den Borghurtabend warum habt ihr alle das normale Jetpack weil es wie cooler ist ne willst du was hast du drauf im Icarus im Icarus trifft er? ja das ist so geil ach komm schon alter nein das glaubst du nicht nein nein oh man wie blöd war ich denn Achtung hinter dir Borghurt fuck off tempestad das ist so deprediert boom was denn Achtung es sind wieder zwei die haben sich grad gerätzt ich will jetzt ne Max ja und die wurde wieder von hinten weggesnipht und ich hab den äh Sunnipht weggemacht und ich schmackt und ich schmackt das bringt hier eigentlich grad nichts oder? ich kann halt Anti-Tank-Max um den Sunnipht zu killen ja stimmt ich kann ja erst Anti-Tank-Max und dann geh ich in Spot Anti-Tank-Max wie lange haben wir denn noch? mit zwei Minuten nicht gehen wir mit dem A-Punkt wieder safen so ich geh jetzt mal raus und dann erst mal den Markus machst du mal den G, ne? mhm grad fängt das Spiel und schlecht gerade ich guck mal dass die A wieder kriege ach das Mikrofon verroscht ich holen Fulda am A-Punkt ist kein Sensorpupel trotz sind da zwei Spion warte lass mich beziehen scheiße einer hat mich ach NG haha Fulda ich schreie ja schon die hauen alle von mir ab bist du bei A? ja aber es kann halt nicht tappen naja klar aber das sind immer noch gegner die laufen um mich rum ja ich muss jetzt erst A A A oje was gehen da ab das fand ich schon da feiert jemand noch aus da ist es immer noch nicht safe alter hab ich fahr ey alter ja gut danke Panzermine voll reingelaufen mal gefahren aber der Sandi ist weg draußen ja hier ist schon wieder alles voll ich ich oh ich fahr gleich heim gut willst du mal mein medic wache äh mein ich geh jetzt erstmal zu arg schwind dann komm ich wieder shit ja fuck weg warte mir zieht sie zu klonen und spielt Sniper oder die Sensor-Pope wir müssen uns jetzt beeilen Sven wo bist du? ja ich versuche die ganze Zeit den der Sandi weg zu machen aber ich habe leider keinen der ist doch schon weg alle 10 Sekunden wieder ins Boardroom zurück der ist doch weg wo bist du denn? hier bin ich ich bin doch da lauf vor jetzt gib Gas wir haben noch eine Minute ja da muss ich jetzt erstmal umrüsten hab noch eine Idee weil ich renne da vorne nicht rein wenn ich kein NG hab das ist Bullshit